Zuckerwatte für den Frieden. So, manchmal ist das auch Temperatur- und Luftfeuchtigkeit abhängig, wie die Zuckerfäden fliegen. Manchmal hast du das dann nicht aufgereiht. Okay, das ist auch eine Kunst. Das stimmt, aber eigentlich kann es jeder ziemlich schnell lernen. Nur mit Handschuh wird es schwierig, dann drückt man den Stock ein.